Richtig gut. Ja, es könnte uns sehr hilfreich erweisen. Siehe hier. Holla, die Waldfee. Genau, wir können nämlich das Ganze kombinieren und dann hat man das quasi, was wir gerade gesehen haben. Genau, Bonus-XP gibt es noch dafür. Nein! Ja, also wenn wir diese Kombination machen, dann kriegen wir Bonus-XP für alles, was wir treffen mit dieser Kombination. Und wenn wir allerdings von einem Monster geschlagen werden, geht alles zunichte. Help-Screen, Pausen-Menü, okay, Option. Habe ich jetzt hier drückt, kommt nix. Genau, wir werden das machen, wenn wir Probleme haben sollten. Und unser Superheld kann wieder extremst in die Lüfte abheben. So, und oben rechts sehen wir jetzt, wir haben, ja, mal eben so 60 Hits gemacht mit dieser Kombination. Und irgendwie werden wir auch noch rot. Gut, ja, warum, ich denke mal, das hat mit Durchhalten zu tun oder so. So, hier können wir wieder speichern, das ist sehr schön. Fertig vom Spiel 3%, okay, so. Das ist ja mal awesome. 3% des Spiels haben wir geschafft. Okay, da hat er uns gerade eine Kombi verraten. 1, 2, 3 und... Ich glaube, der war schon Töter als Tod. So, und dann gehen wir hier einfach weiter. Level up. Level up. Level up, okay. Okay, ich glaube, die Fähigkeit haben wir noch nicht, die ich gerade machen wollte. Level up. Level up. Maul, okay. 75 Hits So Die armen Monster, die könnten einem irgendwie leid tun Warte mal, kann man hier runter? Ja Ah, wir haben eine Truhe gefunden Korrektur, wir haben eine geschlossene Truhe gefunden Schlag sie auf Ja Also das übersteigt leider dem Schwert seine Kräfte und wir sollten dann wohl lieber einen Schlüssel suchen Ja Okay Wir können die Truhe nicht einfach aufschlagen aber wir können hier runterfallen Und da ist ein Key Alter ist das hier windig Und eine Notiz hinzugefügt Okay Sprung in die Leere Also sind wir jetzt wieder hier wo wir vorhin schon waren Lalalalalala Und die Monster bekämpft haben Nach oben halten zum Truhen öffnen Und jetzt müssen wir eine Kombination eingeben damit die Truhe sich auch öffnet Es reicht nicht nur den Schlüssel zu haben So Jetzt haben wir viele Tolle, tolle, tolle Neuigkeiten gekriegt Und da kam gerade mal ein Monster an Zufallbaum Moment mal Ihr habt was vergessen Ich bin auch noch ein Monster Okay Von den Monstern gibt es natürlich en masse So Wir gucken nochmal nach Ah da unten ist noch einer So den haben wir jetzt auch erledigt So dene Tralilalü Auf zum nächsten Bildschirm Hast du eine Idee wo wir sind? Ja Das weiß ich auch leider nicht Oha Das soll dir auch leid tun Genau Fühl dich einfach mal schlecht Du böser Junge Du das Du Schwerter Clown Und so Ja ja Sehr nice Aha Aha Das Dorf am Fuß der Klippen Genau Genau Wir nehmen einfach den Weg Der uns richtig erscheint Aber ich werde hier oben erstmal Das Monster erledigen Ich wollte eigentlich hier oben mal kurz lang Und wir sehen hier oben können wir gar nicht lang Wir müssen runter Und hier warten wieder ganz viele Trolle und Monster auf uns Jawoll und ein Speicherpoint Ja speichern wir doch nochmal Warum auch nicht So Lalalalalala Hallo Wo sind denn die ganzen Monster geblieben? Tja Auf dem Zeltplatz würde ich sagen So Dann zerschlagen die Wand Und überall diese süßen Hoppeläschen Und hier haben wir zwei Schlüssel gefunden Das ist nice Man sollte auch immer hinter die Wände gucken Da können Sequids sein 151 Treffer 55 Okay Ich glaube die sind alle tot Level up Sehr nice So Dann gehen wir mal hier unten lang Zum Tale Und alle wieder platt Ja sehr schön Oh Wo springt der denn hin? So haben wir nicht mit dir gewettet Sodele Was? Was ist das denn? Neue Fähigkeit erworben Sehr nice Und zwar genau diese Wir können jetzt aus dem Sprung heraus cor год Wir können jetzt Und jetzt bis zum Übい Wir können jetzt Kommen die noch mal runter? Holla, die Waldfee. Da hat man es ein bisschen übertrieben, oder? So. Da kommt es auch mal wieder runter. Die fliegen ja wirklich nicht gerade weit. Oh, da oben haben wir einen Schlüssel. Sehr schön. Sehr nice. Und jetzt tauchen wir noch tiefer ab. Und hier ist wieder eine Schatztruhe. Jawoll. Und die öffnen wir natürlich. Ist das ein Zelt? Ist da jemand drin? Ähm. Es hat teuflisch glühende Augen. Oh ja, man sieht es ein bisschen. Ein ruhender Händler ist das. Okay. Genau, sie hatte gar keine Angst. Der sieht ja auch gar nicht gruselig aus. Ich hab dich erwartet, Fremder. Wer bist du? Genau, wollen wir handeln. So, was haben wir denn hier überhaupt? Äh. Mein Vorrat 8. Okay. Null. Was bringt uns das? Unendlich Tomaten, oder was das sind? Ne, Äpfel, ne? Könnte man ein paar Äpfel kaufen. Nehmen wir mal 5 Stück. Okay. Hier haben wir Pilze und so. Ähm. Blauer Pilz. Dieser geheimnisvolle Pilz. Verströmt. Ein bitteres Aroma. Toll. Plus 20 Gesundheit. Oh, das Törtchen gibt es sogar mehr. 240. Nehmen wir mal ein Törtchen damit. Und ich würde sagen, warte mal, mit L und R. Oh, wir haben hier auch Talisman und sowas. Anhänger. Ähm. Dieses Ding fällt...